Zur Bühne bitte Frau Koch, Frau Kupferschmid, Herr Herwig und Herr Becker. Die Beleuchtung bitte das Stellenwerk, der Ton bitte die Tonkabine besetzen. Zum Beginn der Vorstellung ein Loch im Wasser. Wirklich ist alles, was die Mehrheit sagt, was wirklich ist. Wer oft dafür ist, dass er stimmt, der hält jetzt mal gelb hoch. Wer dagegen ist, der hält mal blau hoch. Ich spiel doch nur, als würde ich ihn nass machen. Ja, nee, das will ich nicht. Hör auf. Ja, nee, nee, lass doch. Tja, wer glaubt, dass Manuel wirklich nass ist und wer glaubt, dass er nur spielt, dass er nass ist. Blau für wirklich und gelb für gespielt. Gut, ja? Ich habe zwei Kinder, ja? Ja, für Sie. Wir sind zehn und 15. Musik Untertitelung. BR 2018